Aber es ist doch schon fast zwei Tage her, dass du ihr das QT375 gegeben hast, oder? Mhm. Ja. Was da ging, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte mein erstes in der Lebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Ich weiß, wie ich war. Untertitelung des ZDF, 2020